Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategie. Mein Name ist nach wie vor Jens Rabe und heute sprechen wir über Cash Secured Puts. Und zwar stellen wir uns mal die Frage, kann man eigentlich Cash Secured Puts auch dann schreiben, wenn die Gesellschaft gerade ihre Earnings veröffentlicht? Kann man das machen? Worauf sollte man achten? Meine Antwort jetzt hier im Video. Cash Secured Puts gehören ja für mich zu einer absoluten Standardstrategie. In meinem Langfristportfolio arbeite ich sehr, sehr viel mit Cash Secured Puts. Ich schreibe permanent diese Optionen zum einen, um Cash zu generieren und zum anderen natürlich auch, um die Optionen dazu zu nutzen, mir eventuell die Aktien andienen zu lassen. Für alle, die sich noch nicht ganz so sehr damit auskennen, was ist ein Cash Secured Puts? Ein Cash Secured Puts, nehmen wir es mal auseinander, erstmal ist ein geschriebener Puts, also ein Short Puts, meistens am oder unterhalb des aktuellen Preises geschrieben. Und Cash Secured bedeutet, dass du das Geld, was notwendig wäre, um die Aktien zu kaufen, dass du das hast. Und dass du eben auch bereit wärst, das ist zumindest meine Definition, die entsprechende Aktie zu übernehmen. Also wir machen ein Beispiel. Du hast die Aktie XYZ, die kostet, was weiß ich, 50 Dollar und du sagst, ich schreibe bei 45 Dollar einen Put. Dafür bekommst du eine bestimmte Prämie und würde jetzt die Aktie während der Laufzeit oder besser gesagt am Ende der Laufzeit auf diese 45 oder darunter fallen, dann würdest du sie für 45 dir auch andienen lassen. Das heißt, du würdest dann einfach 100 Stück auf 45 Dollar kaufen und hättest die Aktien dann in deinem Depot. Und deswegen werden eben Cash Secured Puts sehr häufig in Langfristdepots angewandt, wo man eben sagt, okay, dann nehme ich die Aktie halt ganz einfach, weil mir eben dem Beispiel die XYZ-Aktie gut gefällt. So, jetzt gibt es ja viermal im Jahr Earnings. Und viele stellen sich dann immer die Frage, soll ich während Earnings auch Puts schreiben? Jetzt muss man hier ganz klar unterscheiden. Zum einen gibt es ja bei uns die Strategie der ganz normalen Short Puts, dass wir also Puts schreiben auf Aktien, wo wir erwarten, die Aktie geht nach oben weg, bleibt oder bleibt stabil und uns kommt es nur auf die Prämie an. Wir wollen nur diese Prämie einnehmen. Wir wollen auf keinesfalls die Aktie haben. In so einer Situation sollte man Earnings definitiv vermeiden, weil wir wissen alle Earnings, die können positiv, aber auch negativ überraschen. Und wenn dann die Aktie natürlich nach unten fällt, weil vielleicht der Markt die Zahlen negativ aufnimmt, naja, dann musst du rollen, musst adjustieren und so weiter. Vielleicht kommst du ins Geld. Das heißt, dir fehlt der Ausweg nach hinten. Deswegen, wenn ich klassische Short Puts schreibe auf Aktienoptionen oder auf Aktien, dann vermeide ich Earnings. Das heißt, in dieser Zeit, wo Earnings sind, schreibe ich auf die entsprechende Aktie keine Puts. In meinem Langfristdepot, wo ich Cash Secured Puts schreibe, da beachte ich die Earnings allerdings nicht. Im Gegenteil, ich mache es sogar manchmal so, dass ich direkt in die Earnings hinein Short Puts schreibe, weil wir wissen alle, was passiert denn im Vorfeld der Earnings. Im Vorfeld von Earnings steigt die Volatilität an. Das heißt, du kriegst relativ hohe Prämien. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, wie sieht das Ganze denn aus? Ich will euch mal zwei aktuelle Beispiele zeigen von Positionen, die ich auch selber habe. Die erste, eine Aktie, auf die ich fast permanent Cash Secured Puts schreibe, das ist Apple. Ihr seht hier in diesem Chart, das ist Apple mit einem 137er Put. Laufzeit 26.05. Am 2.05. waren also die Earnings. Die Aktie war vor den Earnings irgendwo bei 146. Wir werden dann sehen. Ich nehme das Video jetzt gerade auf. Earnings müssten dann gleich eingepreist werden. Und wir werden sehen. Aber was passiert, wenn die jetzt auf 137 fällt? Naja, erstens, ich habe bis zum 26.05. Zeit und falls sie darunter bleibt, wäre ich auch locker bereit, die Aktie für 137 zu kaufen. Jetzt kann es ja auch mal sein, dass ihr sagt, naja, ich will die schon kaufen, die Aktie wäre, das wäre schon für mich okay, aber der Preis ist mir immer noch ein bisschen zu hoch. Und auch hier habe ich ein Beispiel für euch. Und zwar, das ist eine Aktie, die ich auch in meinem Langfrist-Depot habe und die ich auch selber sehr, sehr gerne nehme, nämlich IBM. Big Blue IBM. Und da seht ihr, dass wir hier, hatte ich bei IBM einen Put geschrieben, und zwar einen 165er Put. Hat schönes Geld gebracht, war deutlich unterhalb des aktuellen Preises. Ja, und dann kamen die Earnings. Und IBM ist deutlich gefallen an diesem Tag. Und die Puts sind in der Money gegangen. Die waren plötzlich in der Money. Hatten, glaube ich, Laufzeit ein, zwei Tage nach den Earnings. So, und jetzt habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, okay, 165. An sich langfristig betrachtet vielleicht kein schlechter Preis für die IBM, aber 5 Dollar billiger wären sie mir fast noch lieber. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einfach die im Geld liegenden Putz oder knapp am Geld liegenden Putz zurückgekauft und habe sie einfach in den nächsten Monat gerollt auf einen 160er Strike. So, ich habe sie einfach runtergerollt. Das schaffst du nicht 100 Prozent zum gleichen Preis. Also, ich habe, glaube ich, hier so 50, 60 Dollar Verlust gemacht, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man das als Gesamtheit sieht, wenn ich im Jahr ein paar hundert Cash-Secured Putz schreibe. Da gehen halt mal ein paar, wo du dann mal wieder ein bisschen was zurückzahlst. Aber das ist sehr, sehr überschaubar. Und jetzt kann ich eben sehr schön abwarten, was passiert bis zur nächsten Fälligkeit. Entweder die bleibt oberhalb der 160 oder sie kommt auf 160 und ich entscheide mich dann kurz zuvor, naja, lässt du die andienen oder nicht? Und wenn ich sage, nein, der Markt hat gedreht oder ich denke, die kannst du jetzt vielleicht auch für 155 kriegen, naja, dann rolle ich sie eben noch mal einen Monat nach hinten und gehe eben runter auf 155. Der Vorteil ist ja hier, je weiter die fällt, umso höher wird die Volatilität. Das heißt, es wird auch immer einfacher, die Optionen wegzurollen. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere das Argument bringen, was ist denn, wenn du vorher angedient wirst? Na ja, und dann sage ich eben, okay, dann habe ich sie halt. Also dann, deswegen heißt es ja Cash-Secured Putz, dann habe ich die Aktie eben und dann wandert sie eben zu mir ins Depot. Ich habe 100 IBM mehr, das heißt 100 Mal mehr oder 100 Stück einer Aktie, die mir mehr Dividende bringt. Ich kriege wieder im nächsten Quartal dann für 100 Aktien mehr Dividende. Und zur Not kann ich natürlich auch sofort wieder was machen, wenn ich sage, oh, ich denke, die fällt weiter, ich will wieder was machen. Ich könnte sie sofort verkaufen, wäre eine Variante. Ich könnte aber auch sofort anfangen, Calls dagegen zu schreiben, also Covered Calls daraus machen. Das heißt, ich habe hier viele Möglichkeiten, etwas zu tun und dann muss man ja auch fairerweise sagen, dieses Angedientwerden, also vor Ende der Laufzeit passiert, hin und wieder aber doch sehr, sehr selten. Ich würde jetzt nicht sagen in 1% der Fälle, auch vielleicht in 5% der Fälle. Das heißt, ihr werdet es auch mal erleben, aber ansonsten ist das schon sehr unwahrscheinlich. Warum? Warum sollte jemand andienen, wenn er noch Dividenden hat oder noch Zeitwert? Also es macht ja keinen Sinn. Okay, also deswegen auf die Anfangsfrage. Cash-Secured Putz auch in den Earnings? Ich persönlich mache es. Ich finde es nicht schlimm, weil damit kann ich gut umgehen. Das erhöht auch die Häufigkeit der Trades, die ich darin machen kann, damit auch meine Prämien-Einnahmen und damit auch meinen Cash-Flow. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Macht ihr das genauso? Handelt ihr auch Putz während der Earnings? Wenn ja, in welcher Strategie? Klassischer Short-Putz oder auch Cash-Secured-Putz? Macht ihr überhaupt Cash-Secured-Putz? Interessiert euch das Thema? Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ihr wisst, hier unten ist eine Kommentarfunktion. Schreibt das einfach alles da rein und ich schaue mir das dann alles an. Wenn es ein interessantes Thema ist, kommt es mit auf die Liste und ihr seht es demnächst hier dann mit als Video. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.